Die Promi-News des Tages im Gala Ticker Jenny Frankhauser kämpft gegen Mami Kilos plus 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 Oliver Pocher stichelt gegen Pietro Lombardi plus 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 Kathy Hummels kehrt nach Deutschland zurück plus 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 Die Promi-News des Tages im Gala Ticker 9. Februar 2023 Jenny Frankhauser So dick wie aktuell war ich noch nie. Erst vor wenigen Monaten ist Jenny Frankhauser, 30, Mama geworden. Am 29. September 2022 erblickte der kleine Damian das Licht der Welt und ist Mamas größtes Glück. Doch auch die kleine Schwester von Daniela Katzenberger, 36, ist nicht frei davon, sich unter Bodydruck zu setzen. Auf Instagram und Co. sieht man schließlich so oft Frauen, die schon kurz nach der Geburt ihre zusätzlichen Babypfunde abgenommen haben. Nun, fast fünf Monate nach der Geburt ihres Sohnes, möchte Jenny aber wieder in ihre alte Form zurück. Denn momentan ist sie mit ihrem Aussehen nicht glücklich, wie sie in einer Instagram-Story offen verriet. Ganz ehrlich, so dick wie aktuell war ich noch nie. Manchmal, muss ich ehrlich sagen, erschrecke ich mich vor meinem Spiegelbild, gestand sie ihren Fans. Am Anfang nach der Schwangerschaft habe ich mich voll schlank gefühlt, der Babybauch war ja weg. Doch habe sie eigenen Aussagen zufolge nach der Entbindung nochmal richtig zugelegt und bisher keinen Sport gemacht. Verständlich. Schließlich hat sich die junge Mutter um ein Kleinkind zu kümmern. Ich bin ein Stress- und Frustfresser. Andere würden da abnehmen, ich nehme zu, erklärte sie ihre Misera. Und Stress hat man in der ersten Zeit als Mami schließlich zu Genüge. Jetzt ist es höchste Eisenbahn, dass ich was tue, ich fühle mich nicht wohl, stellte sie fest und geht den Babypfunden nun an den Kragen. 8. Februar 2023. Oliver Pocher Sein Kommentar sorgt für Unmut. Eigentlich verbindet Oliver Pocher, 44, und Pietro Lombardi, 30, eine enge Freundschaft. Doch ob Freund oder nicht, vor einem fiesen Kommentar des Comedians ist wohl niemand sicher. In seinem Podcast Die Pochers kann er es sich nicht verkneifen, über die Social-Media-Präsenz von Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rüper, 27, zu sprechen. Während Ehefrau Amira Pocher, 30, den frischgebackenen Eltern gratuliert, sagt der Entertainer, hat er ein Kind bekommen? Eine Aussage, die überrascht und auf die darauf folgende Anspielung seinerseits gerichtet ist. Aber das hält er auf Social-Media komplett geheim. Oder? Nee, das ist halt komplett unterm Radar gelaufen. Während auf eine Reaktion des DSDS-Jurors zu den Aussagen noch gewartet wird, meldet sich seine Verlobte bereits zu Wort. In ihrer Instagram-Story sagt sie, sie brauche dazu nichts zu sagen, denn jeder hätte seine eigene Meinung zu Menschen, und so habe sie auch ihre. Ob es die Freundschaft der beiden beeinflussen wird, bleibt offen. Noch vor Monaten war zwischen den beiden jedoch alles gut, und Oliver Pocher war positiv auf den Sänger zu sprechen. Im Sommer 2021 lebte er sogar gemeinsam mit seiner Familie im Haus von Pietro Lombardi. Grund dafür war, dass das Haus der Pochers bei der Hochwasserkatastrophe nahe Köln überflutet wurde. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.